Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Heute gibt es die Account-Bewertung, ich hatte es ja gesagt, und heute machen wir das auf jeden Fall. Warte mal, wir fangen schon mal sofort an. 8 C, warte, 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 warte. 2 V R G O U O So. Ragnar Lothbrok, Keltenblut, Level 20. Oh, das sieht schon mal super aus. 2055 Sterne, die ganzen Sachen sind natürlich wieder alle zufällig. Wenn ihr weitere Account-Bewertungen wollt, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Und ihr könnt euch natürlich immer noch bewerben. Ein Bild mit dem Creator-Code MBF an codembf at gmail.com schicken. So sieht es aus. Also, wir gucken mal direkt drauf. 7 gewonnene Angriffe, er ist in Legend League. Da hast du ja pro Tag 8 Stück. Wobei, ja, es ist noch so gerade eben in Legend. 4912, so gerade eben noch. Ähm, 2055 gewonnene Sterne. Das ist natürlich super, also das sind schon richtig viele Sterne. Das ist natürlich schon mal super. Äh, 841 gespendet und 480 erhalten. Ist auch in Ordnung. Man muss ja bedenken, die Saison läuft ja noch nicht lange. Truppen. Ja, das Allermeiste ist schon, ja, wobei so gemischt, würde ich sagen. Einiges ist schon maxed, einiges auch noch nicht. Ähm, er hat geschrieben, Ähm, es ist mein ältester Account und wir sind in einem sehr treuen Clan miteinander. Ich würde mich so sehr freuen, wenn du mich besuchen könntest. Liebe Grüße, Christian. Ja. Das haben wir auf jeden Fall schon mal hingekriegt. Also, ja gut, ein paar Sachen sind noch nicht maxed von den Truppen, aber zumindest kurz davor. Helden sind auch kurz vor maxed. Fünf Level noch beim König. Ein Level noch bei der Königin zum Beispiel. Die Gladi auch noch ein bisschen was. Begleiter fehlen auch noch ein paar Level, aber das geht alles noch. Die Skins. Alles winterlich gehalten. Äh, 1,8 Milliarden schon gefahren. Das ist natürlich schon mal ein Ausdruck davon, ja, dass der Account schon relativ weit ist. Ähm, ja, klar. Es gibt so ein paar Achievements, wo die Leute nicht immer ganz so schnell dabei sind. Warte mal, wo war das denn? Äh, Kampagnen hat, Karte hat er das fertig. Da fehlen aber dann auch noch ein paar. Ähm, verwandle Supertruppen. Oh, du hast noch nicht oft Supertruppen gemacht. Und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, natürlich den großen Drachen zu töten, denn dann bekommst du ja nicht nur das Achievement, du bekommst nicht nur die Gems. Äh, das Level hat auch ziemlich viel Loot. Also, da würde ich dir auf jeden Fall raten, das mal zu machen. Äh, das Profil sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Klar, man, kaum ein Spieler ist da fertig mit allem. Das ist einfach so. Kaum ein Spieler ist da fertig mit allem. Wir gucken mal drauf. Er hat die Winterszenerie, das sieht natürlich auch schon mal ganz gut aus. Ja, gut, klar, die Mauern. Die Mauern sind noch nicht so weit. Die sind noch auf Level 13 und die meisten dann, äh, beziehungsweise einige sind noch auf Level 13, die meisten sind schon auf Level 14. Die muss natürlich hochziehen. Es ist für mich natürlich jetzt immer ein bisschen einfacher, einen Rathos 14 zu bewerten. Einfach aus dem Grund, ja, weil ich natürlich selber Rathos 14 bin und dementsprechend die Gebäude schon kenne. Deswegen weiß ich. Das sieht man im Endeffekt. Bei Rathos 14 sieht man es sofort auf den ersten Blick eigentlich. Überall, wo diese grünen Elemente dran sind, das ist maxed für Rathos 14. Bedeutet, der zum Beispiel ist noch nicht maxed. Das hier ist, gut, da ist zwar auch ein grünes Element dran, ist aber auch noch nicht maxed. Äh, Bombenturm ist maxed. Aber lasst uns mal ruhig außen anfangen. Außen sehr, sehr viele Bäume, sehr, sehr viele Hindernisse. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Den Brunnen hat er da stehen. Wie gesagt, er hat die neue Winterszenerie am Start. Das Kampfholz hat er da unten stehen. Den Kampfholzweihnachtsbaum und nochmal da auch zwei Weihnachtsbäume und nochmal, ja, auch viele von den neuen Weihnachtsbäumen schon da rumstehen. Das Dorf ist natürlich dazu da, um zu pushen. Ich meine, bei Legend ist es ja immer so, du siehst jetzt beim Besuchen nicht das Dorf, was derjenige dann zwangsläufig auch bei Legend aktiv hat. Deswegen haben ja die meisten Leute in Legend auch eine Showbase aktiv, weil sie halt beim normalen Angriff oder in der Verteidigung haben sie halt die richtige Base aktiv. Aber wenn du sie besuchst, dann siehst du halt eine andere. Rathaus ist sehr mittig. Infernos sind daneben. Katapulte sind ein bisschen weiter auseinander. Ist in Ordnung. Adletev auch. Kann ich jetzt so eigentlich auch gar nicht so viel zu sagen. Das Dorf sieht so schon mal ganz stabil aus. Ich glaube auch nicht, dass er schon lange auf Rathaus 14 ist eigentlich. Denn das Rathaus ist ja noch hier im Moment, das ist ja noch auf einen Stern. Rathaus 14 Giga-Inferno ist noch auf einen Stern. Ja, sieht aber auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Die Bauhütten hat er auch schon angefangen hier zu machen. Die sind schon auf vier. Die geht jetzt gerade hoch. Die ist auch schon fertig. Ansonsten, ja, bleibt mir da gar nichts anderes zu sagen. Einfach so weiter dranbleiben. Der Account sieht gut aus. Und natürlich das Dorf auch. Ich möchte aber noch ein paar Leute dran nehmen. Deswegen entschuldige, dass ich jetzt mal schon mal ein bisschen weitermache. Wir gucken mal da. So, weiter auf Clan. Aber bei den Clan könnten wir uns eben noch angucken. Du bist ein Teamplayer und hast Spaß in einer freundschaftlichen Gemeinschaft, dann bist du hier richtig. Wir sind aktiv, fair, unterstützen einander und achten auf einen guten Umgang miteinander. Mindestalter 20 Jahre. Das klingt doch schon mal gut. So, Level 20 ist natürlich auch schon ein Brett, muss man sagen. L-9-L-U-V-V-2-9 Oh Gott. Wie kann ich den Namen denn jetzt richtig aussprechen? Timi Joschka von Eruption. Also, 507 Sterne und neun gewonnene Angriffe in dieser Saison. Er schreibt, hoffe, du hattest eine schöne Weihnachtszeit mit deiner Familie. Ich wäre gerne bei deiner Dorfbesuchsfolge. Mein Dorf ist etwa sieben Jahre alt. Habe die ersten drei bis vier Jahre viel gespielt. Danach gab es öfter Pausen und das ging dann so hin und her. Jedenfalls erinnert mich Clash of Clans auch immer an meine Kind-Jugendzeit. In Klammern bin 22. Und natürlich gehörst auch du in diese Zeit dazu. Vielen Dank. Immer wenn ich Clash öffne, löst das bei mir ein besonderes Bauchgefühl aus. Na, das ist doch schon mal ganz gut. Würde mich freuen, wenn du mich dabei holst. Also, was haben wir denn hier? Champion 3. 3421 Pokale. Noch nichts gespendet. Aber ich meine gut, es kommt halt immer darauf an, in welchem Clan ist man und welche Rathäuser sind da drin. Da haben dann die unteren Rathäuser und dazu gehört eigentlich das 12 war mittlerweile auch schon fast. Dann auch nicht unbedingt so viel zu spenden. Truppen, ja, sehe ich den Kobold max. Helden musst du noch den König auf jeden Fall nachziehen. Sehe ich jetzt hier gerade die Skins. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus, weil du alles im Piraten-Skin bzw. im Piraten-Thema gehalten hast. Der König, die Königin und auch den Warden alle mit Pirat. Uh, 1,3 Milliarden schon gefarmt als Rathaus 12. Das sind es natürlich schon einiges. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Klar, das Profil. Logisch, bei einem Rathaus 12 sieht das jetzt noch nicht so ganz so fertig aus, weil da natürlich noch einiges fehlt. Aber 25 mit Waffen ausgestattete, ah, Bauhütten, Entschuldigung. Du hast 247 mit Waffen ausgestattete Rathäuser zerstört und eine mit Waffen ausgestattete Bauhütte. Da würde ich mich eigentlich mal so ein bisschen drauf konzentrieren, ähm, auch wenn es ein bisschen, ja, es ist halt ein bisschen schwierig. Du musst ein bisschen höher gehen dafür, weil nur Rathaus 14er die haben. Aber wenn du die Chance hast, mach das auf jeden Fall. Das gibt dann auch ein paar Juwelen da oben drauf. Jo, ansonsten sieht das schon mal ganz gut aus. Koboldkarte kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Vor allem, wenn du Rathaus 12 bist, schaffst du das auf jeden Fall. Mach die fertig. Das geht auf jeden Fall. Mach die auf jeden Fall fertig. Hier würde ich eigentlich auch die Meisterhütte verbessern und die 3000 Trophäen würde ich auch mitnehmen, weil es da echt gut Gems für gibt. Würde ich auf jeden Fall raten, das zu machen. Äh, was haben wir denn hier? Leider einen inaktiven Clan. Gott, die sind ja alle. Haben alle Null spenden. Was ist denn mit deinem Clan los? Wir gucken mal drauf, auf das Dorf. Ah, ein schönes Rathaus 12 Dorf. Also, wir sehen jetzt hier diese Piraten-Szenerie. Klar, das muss natürlich passen dazu. Clanburg schön mittig. Arterlef und Rathaus ein bisschen verteilt. Infernotürme schön verteilt. Luftabwehr schön verteilt. Da ist halt ein bisschen, hier ist ein bisschen, hier ist ein bisschen, hier ist ein bisschen viel los unten. Finde ich zumindest. Ähm, ich gucke aber gerade mal noch. Würde ich jetzt aber auch nicht als Farm-Base bezeichnen, sondern auch eher als Hybrid-Base. Weil nämlich auch die Lager nicht unbedingt so geschützt sind von den, ja, von den Sachen, wo man es halt erwartet. Vor allem natürlich Bombentürme und Magertürme. Das ist halt so das, wo ich mal als erstes drauf schaue. Aber insgesamt sieht die Baie schon mal ganz gut aus. Man hat natürlich das, was man auch sonst immer außen erwartet. Und zwar die Bogentürme und auch die Kanonen. In dem Fall ist es ja die Doppelkanone. Auf der Seite sind auch die Kanonen außen. Was ich vielleicht noch wechseln würde, ich würde das Labor rausnehmen und würde dafür entweder eine Goldmine, einen Sammler oder halt einen Bohrer reinstellen. Denn so verschenkst du außen was, wo du noch vielleicht, also du könntest noch innen was schützen, was du jetzt so nicht schützt, weil das Labor drin steht. Und es gibt keinen Grund, das Labor reinzustellen. Ja, da wäre jetzt so mein, wäre jetzt so mein, äh, Eindruck. Was natürlich gut ist beim Labor, es hat einigermaßen viele Trefferpunkte, wenn wir uns das mal angucken. Es hat, äh, 1140 und so eine Goldmine hat, oh, der soll ja sogar mehr. Ich dachte beim Labor, das hätte mehr gehabt. Dann würde ich sogar, dann würde ich sogar tatsächlich sagen, stell eine Mine, einen Sammler oder einen Bohrer rein. Was, warte mal, was hat der denn noch so viele Trefferpunkte? Das ist die Lager. Die Lager haben echt viele Trefferpunkte. 2900, genau. Und das ist, äh, sowas wie zum Beispiel ein Armee-Lager hat es sehr wenig im Vergleich. 700. Ja, das ist halt so. Deswegen würde ich dir raten, ja, stell ruhig, stell ruhig, ähm, da noch einen Sammler, eine Mine oder einen Bohrer rein. Ansonsten sieht das schon mal ganz gut aus. Zu den Mauern noch, die meisten sind schon auf Level, was ist denn das? 12, ne? Die Weißen sind die 12er Mauern, genau. Und die anderen hier, das sind die 13er Mauern. Also im Endeffekt sind alle schon auf Level 12. Das ist ja das, was du bei Rathaus 11 hast. Und dann hat er schon angefangen, äh, ja, ich würde jetzt mal schätzen, zumindest schon mal die Hälfte der Mauern auf Level 13 zu machen. Das ist ja das, was ich gesagt habe bei Clash. Dass ich es immer so ein bisschen blöd finde, dass sie, ja, wie soll ich das sagen? Dass sie das Rathaus-Level und das Mauer-Level nicht gleich haben. Du hast bei Rathaus 12 jetzt die 13er Mauer. Weiß ich nicht. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut, aber nun gut, so ist das nun mal. Also wir gucken mal weiter, kommen mit den Spieler suchen. Okay. Die nächste, die wir uns jetzt anschauen, ist die Romina. Sie schreibt, ich heiße Romina, ich habe COC das erste Mal bei dir gesehen. Seitdem war ich, seitdem hat sich viel in meinem Dorf getan. Ich bin frisches Rathaus 10, würde mich sehr freuen, wenn du mein Dorf besuchst. Mit freundlichen Grüßen aus dem Dorf Romina. Na gut, dann gucken wir doch mal drauf. Äh, 110 Sterne. Allerdings ist das eigentlich so bis, ja, so bis Rathaus 13, 12, 13, 14 ist das eigentlich nicht so ganz so aussagekräftig. Ich würde euch natürlich trotzdem raten, einfach auch zwischendurch mal ein paar Kriege mitzumachen. Einfach damit man auch mal alle Truppen lernt. Und wie sie funktionieren. Einfach so mal als Tipp. Sechs gewonnene Angriffe, gespendet jetzt noch nicht ganz so viel. Sie ist in einem Level 2 Clan, da gucken wir gleich mal drauf. Standard Skins am Start. Ähm, die ersten Achievements hat sich schon alle geholt. Beim dunklen und so weiter fehlt noch ein bisschen was. Klar, ich meine, ich habe es ja gesagt. Bei den Achievements muss man immer gucken, ne, desto niedriger man ist, desto weniger Achievements hat man natürlich. Trophäen hat sich schon geholt. Und was man natürlich immer machen sollte, irgendwann probieren, Meisterliga ist auf jeden Fall etwas. Und dann natürlich Champions League danach, was du dir auf jeden Fall mitnehmen solltest. Weil das ist echt gut, das gibt gut Gems. Also das Achievements, Held der Ligen, das gibt wirklich richtig gut Gems. Was natürlich auch die Sache ist, im Nachtdorf, die 3000 Trophäen, das gibt auch gut Gems. Also das ist auch so ein Achievement, da solltest du vielleicht auch drauf gehen. Wir gucken mal auf den Clan. Hallo miteinander im Clan24MX. Sind Regeln einzuhalten? Alles klar, das ist der Clan aus der Schweiz. Dann erstmal viele Grüße in die Schweiz und natürlich auch viele Grüße nach Österreich, Lichtenstein. Wo, ich weiß nicht, wo es sonst noch hier geschaut wird. Dänemark, Niederlande, Belgien und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Also, Romina. Oh, das sieht aber schon mal gut aus. Die Mauern, das sind eigentlich meine Lieblingsmauern, die Level 9 Mauern für Rathaus 9. Oh, die sehen gut aus. Äh, 10, 10, Entschuldigung. 10, 10, 10, 10. Ja, haben wir es wieder, ne? Man will ja mal direkt 9 sagen, weil das Rathaus 9 ist, aber das sind 10er Mauern. Die 9er Mauern sind nämlich die schwarzen Mauern, die noch nicht leuchten. Die sehen auch gut aus. Aber die Mauern sehen auf jeden Fall auch gut aus. Ähm, aber sie schreibt, sie wäre frisches Rathaus 10. Na, 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 noch nicht, 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 noch, 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 noch bist du 9. Noch, noch bist du ein 9er. Ähm, ich finde die Base eigentlich ganz, ganz gut. Sieht ganz gut aus. Ist eigentlich so ein bisschen, würde ich sagen, so ein bisschen Showbase eigentlich auch noch mit dabei. Lager sind einigermaßen auseinander. Ähm, ich weiß noch nicht, ob das jetzt irgendwas darstellen soll. Tut mir leid, wenn ich das jetzt eventuell nicht erkennen sollte. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn es so sein soll. Äh, ansonsten sieht das aber eigentlich schon mal alles ganz gut aus. Ich finde es immer gut, wenn die Leute halt so viel maxen, wie es geht. Ich meine, im Endeffekt, das ist ja eure Sache. Wenn ihr jetzt sagt, ich muss unbedingt, Grüße an Laurin, an dieser Stelle übrigens. Wenn du, wenn du, wenn man sagt, ich möchte unbedingt alles rushen, der dann macht halt. Also ich bin ja nicht euer Vater, ich hab das ja nicht zu entscheiden, wenn ihr das unbedingt machen wollt und ihr euch damit besser fühlt. Das ist der, das ist, das ist das Geile bei Clash. Du kannst machen, was du willst. Wenn du da, wenn du alles max, wenn du alles maxen willst, dann max du alles. Wenn du dich in Legend rumtreiben willst, dann treibst du dich in Legend rum. Wenn du dich als Rathos-14er in Silber rumtreiben willst, dann treibst du dich als Rathos-14er in Silber rum. Das ist im Endeffekt vollkommen egal. Nur das ist genau das, was dieses Spiel ja ausmacht. Dass du machen kannst, was du willst. Es gibt natürlich Leute dann, oder beziehungsweise es gibt natürlich so Leitlinien, einen Leitfaden, wo gesagt wird, klar, so viel wie möglich maxen. Weil es ist, es ist ja auch logisch, wenn du, wenn du rushst. Ich hab's ja gesagt, du kriegst dann im weiteren Verlauf Probleme. Du kriegst weniger Loot bei deinen Gegnern. Weil du dann die schlechtere Armee noch hast. Du kriegst bessere Rathäuser vorgeschlagen. Bei den Verteidigungen kannst du mehr verlieren. Klar, wenn dir das alles egal ist, dann kannst du natürlich trotzdem rushen. Die Base sieht auf jeden Fall schon mal sehr solide aus. Und sie hat ja jetzt auch schon mal hier vorgesorgt. Denn das Elex ist fast voll. 1,332. Und das Gold ist es auch. Das Gold sieht immer nicht so ganz so voll aus wie das Elex. Das ist eine Million. Eine Million drin. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Das heißt, es ist natürlich geil, wenn du, wenn du da schon ordentlich was voll hast. Und dann gehst du auf Rathaus 10. Kannst du direkt weitermachen, natürlich, weil Rathaus 10 sofort das Labor. Denn du kriegst den Schub reingedroschen. Dann machst du sofort den, machst du sofort das Labor. Damit der Machtdrang auf jeden Fall auch richtig was bringt. Da hast du ja, glaube ich, 5 Tage mittlerweile, wenn du ein neues Rathaus hast. Das bringt auf jeden Fall richtig was. Jo, das war auf jeden Fall die Romina. Und jetzt würde ich mal sagen, suchen wir mal ruhig ein paar Leute raus, die sich etwas, ähm, ja, die sich etwas, vor etwas längerer Zeit beworben haben. Denn ich habe ja gesagt, ihr könnt, dass das auch alte Bewerbungen auch noch zählen. Okay, ich habe jemanden. Ich habe jemanden gefunden. So, das ist nämlich jetzt vom 22. Nicht, dass mir jemand sagt, ich würde nur Leute nehmen, die sich jetzt heute oder gestern oder so beworben haben. Nein, 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 nein. Ich wähle das zufällig aus. Und ich sehe auch in den E-Mails, welche ich angeklickt habe und welche nicht. Bedeutet, dann nehme ich keine Leute doppelt dran. Äh, V, Q, was soll das denn jetzt? Es sind sehr viele Vs immer dabei, ne? Ist mir mal so aufgefallen. Tarnathos von Bierunion. Das ist gut. Das ist gut. Das ist ein, zum einen natürlich ein guter Name. Darauf trinkst du erstmal einen Schluck Kaffee, würde ich mal sagen. Also ich habe, ich, es ist noch zu früh. Tut mir leid, lieber Tarnathos, es ist noch zu früh für ein Bier. Kann ich jetzt nicht machen morgens. Moment. Allerdings ist der Kaffee etwas kalt. Also da kommt er von, von der Temperatur kommt er schon so ein bisschen ans Bier ran, auf jeden Fall, leider. Gewonnene Sterne 877 ist eigentlich für ein, mittlerweile ist es vollkommen okay. Drei gewonnene Angriffe, du bist in Champion 2. Hast aber schon einige Legend-Trophäen gesammelt, 582 nämlich. Truppen. Ähm, da ist jetzt nun wirklich das meiste maxed. Ein paar Sachen sehe ich natürlich noch nicht, aber klar, kannst du noch nachziehen. Helden sind dafür schon alle maxed. Begleiter 6, 6, 6 und 10 ist auch schon nicht schlecht. Fehlen halt jeweils noch vier Level, ist aber auch in Ordnung. Er schreibt. Circa 100 Euro ausgegeben, 80 vielleicht in Goldpässe. Ja gut, Goldpass ist halt, ist halt das Beste. Eigentlich. Wenn du wirklich Geld ausgeben willst in diesem Spiel, kauf einen Goldpass. Das reicht. Das läppert sich natürlich auch. Ne? Das läppert sich natürlich auch. Wir haben die winterlichen Skins beim König, bei der Königin und bei der Gladi und den Partywächter. Der Partywächter zum siebten Geburtstag sehen wir ja ganz gut hier, ne? An der 7, die auf der Halskette drauf ist. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Zwei Milliarden erfarmt. Das ist ja immer die magische Grenze. Sie haben es da, ja sozusagen gedeckelt bei zwei Milliarden. Egal wie viel wir jetzt farmen, wir werden es nicht mehr sehen, weil bei zwei Milliarden Schluss ist. Das ist so die magische Grenze, die man erreichen möchte. Schade eigentlich. Sehr, sehr schade, dass sie das machen. Aber nun gut. Das ist halt so. Oh, da sind schon hier oben sehr viele Achievements fertig. Das ist schon mal gut. Ja, in Klankriegskämpfen, da bist du auch gut dabei, die 1000 voll zu machen. Hier unten sind auch schon mal einige Achievements fertig. Bei den mit Waffen ausgestatteten Bauhütten bist du ja auch schon fast fertig. 1700. Ja, da unten, das sind auch die Sachen, wo ich gerade dran bin. Nämlich das Streukatapult zu zerstören. Was ist denn mit den, was ist denn mit den Rathäusern? Ne, warte, das waren die Rathäuser, die ich meine. Ne, das waren die Bauhütten. Äh, da. Zerstöre 2000 mit Waffen ausgestattete Rathäuser. Genau, das ist das, wo ich gerade dran bin. Das fertig zu machen. Supertruppen verwandeln. Ich meine, das zeigt einfach mal wieder, dass die Supertruppen nicht so oft genutzt werden. Wir hatten jetzt zwei Leute, die haben die Supertruppen kaum genutzt. Aber nun gut. Ähm, da hast du alle Sachen mitgenommen. Sehr, sehr löblich in der Bauarbeiterbasis. Auch wenn man sie nicht mag, muss man leider sagen, zwei, drei Achievements davon sollte man dann doch mitnehmen, wenn man, äh, ja, wenn man es dann halt schafft. Trinkfestigkeit ist kein Kriterium. Aktivität in Chat, Kriege, Krieg und Spielen schon. Mindestens in der CWL sind alle dabei, die gebraucht werden. Wir legen auch Wert auf Umgangsformen und Freude am Spenden. Gerushte Bases sind uncool. Prost. So, gucken wir doch mal drauf. Das ist, das sieht man mittlerweile, ne? Er hat zwei Milliarden gefarmt, aber die Mauern sind trotzdem noch auf Level 14. Aber das sieht natürlich trotzdem noch, sieht, 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 sieht trotzdem noch ganz gut aus. Ähm, klar, müssen noch alle auf 15. Hier vorne fehlen ja noch ein paar, aber das, die machst du natürlich noch nach. Bases gefällt mir auf den ersten Blick schon mal ganz gut. Ich seh das immer auf den, man sieht immer auf den ersten Blick, wenn die Lager schön verteilt sind. Das ist natürlich für einen Farmer wie mich und ich meine, der Tarnathos muss ja auch noch einiges farmen. Das ist schon mal ganz gut. Inferno ist alle auf Single, aber schön verteilt. Katapulte verteilt. Adler-Dev ist da oben. Helden sind verteilt, ist auch in Ordnung. Bauhütten sind schön verteilt. Feger sind schön verteilt. Klar, Bogentürme und Kanonen sind außen. Die Minenwerfer in diesem Fall auch, ist aber auch in Ordnung. Eins, zwei, drei, vier. Ist in Ordnung. Das Einzige, wo ich noch sagen würde, vielleicht noch tauschen, ich meine, das sieht so aus, als wäre das getauscht worden. Nämlich die Clanburg und das Goldlager, aber das ist im Endeffekt auch egal. Ich weiß halt nicht, weil die Lager sind natürlich schon gut gefüllt, vor allem die Goldlager. Wir gucken da mal drauf. 3,8 Millionen. Das ist natürlich schon mal ordentlich. Und hier beim Elex 2,6. Deswegen hast du wahrscheinlich dir gedacht, du packst das mal eben ein bisschen weiter in die Mitte rein. Aber ansonsten würde ich jetzt mal schätzen, korrigiere mich, wenn ich mich irre, dass das normalerweise getauscht ist. Ansonsten, was mir noch auffällt, die alte Winterszenerie vom letzten Jahr, die sieht aber auch auf jeden Fall ganz cool aus. Kuchen sind in einer Reihe. Diese Gräber sind in einer Reihe. Okay, die Torten sind hier in einer Reihe. Da sehen wir die Geschenke. Da sehen wir die gruseligen Bäume. Da sehen wir die Feuerwerkskörper, die Hexenhüte. Und dann die Weihnachtsbäume. Da vorne hat er schon mal die zwei Neuen. Da sind die Blumen. Da sind auch noch ein paar von den Neuen. Genauso wie da. Hier hast du noch so eine kleine Reihe gemacht. Das sieht auf jeden Fall auch schon mal ganz gut aus. Mach auf jeden Fall weiter so. Sehr, sehr schöner Account und auch sehr, sehr schönes Dorf. Kann man wirklich absolut nichts zu sagen, was negativ wäre jetzt. Ja, das ist sowieso. Ich meine, ich versuche natürlich sowieso, Leute dann nicht unnötig oder grundlos zu kritisieren. Ich freue mich ja, wenn ihr euch die Mühe macht und euch bewerbt. Von daher würde ich dann sagen, warum sollte ich dann grundlos irgendwas Negatives sagen. Das mache ich natürlich nicht. Und jetzt würde ich mal sagen, einen können wir ruhig noch. So, Community-Spieler suchen. Ähm, er hat das Kürzel 2, C, Y, C, U, Y, V, G, 9. Paul von Happy Team. Er schreibt, ich spiele zur Zeit wieder sehr aktiv COC, nachdem ich wieder eine lange Zeit Pause hatte. Aber dennoch gehören deine Videos auch dazu, selbst als ich nicht gespielt habe. Das ist schon mal gut. Und jetzt wäre es mega cool, wenn der Zufall es so will und du mich besuchst. Das hat doch jetzt schon mal geklappt. Also, 648 Sterne, allerdings noch keinen Angriff gewonnen. Ja gut, er kann natürlich auch, gewonnene Verteidigung, ja, er kann ja natürlich auch so gefarmt haben, ohne dann Angriffe dabei zu gewinnen. Aber wir gucken mal drauf. 648 Sterne, wie gesagt. Ähm, Helden sind schon ordentlich dabei. Aber der ist ja Rados 12. So, mhm. Alles im Urzeitstil gehalten. König, Königin und Warden bei den Achievements. 1,4 und 1,3 Milliarden gefarmt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Äh, oh, die Zauber. Ja, das ist schon fast die erste Stufe geschafft. Das sieht schon mal gut aus. Ansonsten, ja klar, die süßer Sieg und Held der Ligen, die sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Die Achievements, logisch. Kobolde, äh, ja, ist auch gut. Drachentöter, bitte. Und natürlich macht die restlichen Kobolde fertig. Auf jeden Fall auch fertig machen. Das ist wichtig. Unten ist alles fertig beim Nachtdorf. Auch nicht schlecht. So, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal eben erstmal den Clan an. Happy Team. Willkommen im Clan Happy Team. Dauert ca. Zwei Angriffe Pflicht. Test Fight for Ersatz. Discord vorhanden und wird benutzt. So ist das. So sieht das aus. Also, wir gucken mal drauf. Bei dem Paul. Neue Szenerie am Start. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz cool aus. Weil auch der Boden gefreezt ist. Der Boden ist bei der neuen Szenerie auch gefreezt. Das ist schon mal ganz gut. Äh, das ist natürlich jetzt ein Base Design, was ich kenne. Was allerdings auch ganz cool ist eigentlich. Ist aber nicht zum Farmen gedacht. Man sieht das ja ganz eindeutig, ne. Die Lager sind jetzt hier alle außen. Was natürlich hier der Sinn ist, dass es dem Gegner natürlich so schnell, so schwer wie möglich machen will, jetzt zum Rathaus zu kommen oder natürlich auch zur Adler-Dev. Denn wenn sie von hier unten vorgehen, haben sie einen weiten Weg bis zur Adler-Dev. Wenn sie von oben vorgehen, haben sie einen weiten Weg bis zum Rathaus. Da muss man natürlich gucken. Die Infernos sind auch richtig gut geschützt. Und dann auf Single und der oben ist auf Multi. Das ist eigentlich eine sehr solide... Ups, bin ich aus dem Nachtdorf gelandet. Ah, das sieht auch gut aus. Das ist auf jeden Fall eine sehr solide Base, die du hier hast. Sieht gut aus. Lava Lunion sieht das aus. Damit greifst du an. Ähm, bist wahrscheinlich am Pushen. Deswegen sieht die Base halt auch so aus. Ähm, Mauern sind schon alle auf 13. Hoffentlich habe ich mich nicht vertan. Ah, die ganzen Mauer, Level 13. Jawohl. Level 13. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Ähm, ja gut, klar. Hier, ne, sieht man noch den Unterschied. Der ist schon auf Level 16. Der ist auf Level... Beziehungsweise der ist noch auf Level 16. Der ist auf Level 17. Muss natürlich noch ein bisschen was nachziehen. Was baut er denn gerade aus? Die Goldminen. Sehr empfehlenswert. Die hoch zu machen. Da ist der Bogenturm. Äh, Kanone baut er aus. Jo. Was ist denn mit dem sonstigen Zeugs in der Base? Luftabwehr ist in Ordnung. Schön weit auseinander. Aber deckt auch gut ab. Infernus habe ich ja schon gesagt. Die sind gut. Klamoog ist halt super mittig. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Äh, Minenwerfer. Dö, dö, dö. Ja, finde ich ein bisschen dicht zusammen hier. Ehrlich gesagt. Da bin ich jetzt kein Freund von. Denn auf der Seite ist es genauso. Aber das ist halt so bei diesen symmetrischen Bases. Müsstest du dir halt überlegen, ob du da nicht vielleicht noch eine Lösung findest, die ein bisschen weiter auseinander zu machen. Ansonsten kann ich aber eigentlich gar nichts Negatives sagen hier. Weitermachen. Mauern hochziehen. Beziehungsweise Mauern hast du ja schon. Nicht Mauern. Was wollte ich jetzt sagen? Restlichen Gebäude hochziehen. Das, was halt noch fehlt. Und dann passt das schon. Und damit sind wir am Ende von dieser Episode. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns in einer neuen Episode wieder. Macht's gut. Bis demnü. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017